also herzlichen dank für die einleitende worte wenn sie in den letzten jahren ganz viele daten semantisch erfasst haben und alle ihre maschinen mit sensoren ausgestattet haben perfekt dann freuen wir uns wenn sie das aber nicht gemacht haben aber ein paar daten verfügbar haben zum beispiel in excel files und sie in ihrer firma ein zwei experten haben die die produkte und die prozesse richtig gut verstehen dann sind wir überzeugt davon dass wir mit unserer it technologie und ansatz ihnen transparente entscheidungsmodelle erstellen können die sie nutzen können um ihre ingenieure zu unterstützen bei der entscheidungsfindung um maschinen zu automatisieren und dadurch konstante und hohe qualität zu produzieren unabhängig wo sie gerade am standort sind und ob ihr experte gerade verfügbar ist oder nicht somit können sie also ihren experten skalieren und weltweit gleiche produktion oder gleiche qualität produzieren unsere it technologie wir haben auf der einen seite algorithmen vom maschinellen dann ansatz her die die daten bearbeiten was uns aber auszeichnet und besonders macht ist dass wir expertenwissen integrieren hierzu haben wir auch eine patentierte applikation um dieses expertenwissen zu formalisieren unsere algorithmen pre zu kalibrieren und somit mit wenigen daten also man braucht eben nicht diese berüchtigten big data mit wenigen daten können wir eben robuste modelle erzeugen unsere it technologie an der stelle ist nicht laut plattform eine von vielen an dieser stelle dass der vorteil von cloud plattformen ist dass die technologie sehr integrierbar ist wir können auf einem einzelnen server in einer virtuellen box laufen wir hosten unsere applikation derzeit auf dem stratus server wir laufen können aber auch in komplexeren cloud umgebungen laufen wie es oder aws wir sind seit über einem jahr laufen wir mit unserer plattform lizenziert bei der daimler ag auf der daimler hybrid cloud hier haben wir kundenspezifische applikation für den daimler entwickelt und sind hier im operativen geschäft seit über einem jahr mit unserer plattform unterwegs seit ende letzten jahres sind wir partner von siemens minds 4 was uns das leben dann einfacher macht an daten zu kommen weil wir eigentlich nur modelle machen wollen und diese daten besorgen aber auch eben dazugehört um gute modelle zu machen was bieten wir ihnen an wir bieten kundenspezifischen und auf ihr corporate design abgestimmtes app store an das bedeutet sie bekommen von uns ein digitales produkt das sieht zum beispiel zu ihren hardware produkten mit verkaufen können sie können ihren kunden zum beispiel neue services anbieten sie können aber diese service ist auch in house nutzen um ihre produktion effizienter zu gestalten wir können das machen weil wir ein framework hinten dran haben wo man ganz schnell solche applikationen entwickeln kann am ende und da haben wir auch schon kunden die entwickeln auf unserer applikation selber ihre apps das kann man sich vorstellen wie android wo man jeder über playstore dazu beitragen kann neue apps zu machen wie das ganze funktioniert will ich auch in dem beispiel von otec zeigen otec ist ein gleitschleifer der stellt hier solche hardware bauteile her aber er liefert seinen kunden auch noch den prozess wie man diese maschine einstellen muss um die gewünschte oberflächenqualität hinzubekommen gleich mit und wenn sie oder ich morgen bei otec anfangen würden wir wüssten nicht was die richtige einstellparameter von der trommelgeschwindigkeit ist was für ein granulat da rein muss um vielleicht eine gewünschte kunden anforderungen hinzubekommen und das war genau das ziel von diesem projekt dass man vom ersten tag an hier eben die gleiche qualität produziert und dazu haben wir den otec finishing expert entwickelt und den will ich jetzt hier in einem kurzen video vorstellen wir haben den experten in unsere applikation reingeholt die dame kann sich jetzt an ihrem ersten tag einloggen und sie muss jetzt die oberfläche von dem fräser bearbeiten sie gibt hier die parameter von diesem fräser ein im hintergrund läuft unser modell der experte hat es schon bewertet dass das modell gut ist wir machen jetzt eine vorhersage bezüglich diesen einstellparameter jetzt kann man diese parameter direkt ans labor schicken die wird noch mal kontrolliert von diesem mitarbeiter und er kann diese einstellung dann auch weiterleiten direkt an die maschine und die maschine läuft jetzt los somit haben wir mit otec ist unser lieblings oder mein auch persönlicher lieblingskunde weil wir haben hier alles möglich gemacht was industrie 4.0 auszeichnet wir haben expertenwissen formalisiert wir haben die daten mit unseren modellen ausgewertet und wir haben für otec ein digitales produkt erstellt somit können jetzt deren kunden diese sachen auswerten und sparen somit ein haufen zeit man kann den prozess von 6 60 minuten auf fünf minuten reduzieren wir sind hier am ende angekommen ich wollte noch ein abschließende folie hätte ich noch gehabt das wäre unser team gewesen wir sind inzwischen zehn leute mit ingenieuren dabei mit data scientists und programmieren die daneben entsprechend auch dazu beitragen dass wir ein fertiges produkt für sie anbieten können und sie müssen uns einfach kontaktieren oder uns am stand besuchen dann können wir das ganze auch live vorstellen herzlichen dank dank ihnen